Das Wasser tötet mich, Dennis! Okay, dann nicht. Ja, Halt, Maul! Was war tötet? Oh, was war das denn? Ich hab's geschafft, endlich. Was war das? Halt, Maul! Yo, Leute, und herzlich willkommen zum siebten Part oder so, weiß ich nicht mehr genau. Zum siebten Part, zum vom Minecraft Season 2 Together Let's Play. Yo! Hi! Gerade auf Essens Nahrungssuche. Ja, komm doch mal weg. Und, jo. Ah, hast du überhaupt Essen gekriegt jetzt? Ach, shit! Ich hab noch vier Ruhe. Hi! Geh mal ins Wasser, Dennis. Du Dreckiger! Ich seh's nicht. Ich jage jetzt alle Skelette, ey, ich bin der Monster Hunter. Du, 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 du. Hey, das ist ja was Uhrgebackt, Alter. Ja, töte mich doch nicht, ich will meine Sachen wiederholen. Ja, dann los! Ah, die Spinne! In die Arme gerannt. Oh mein Gott, hier sind überall Creeper. Alter, was explodieren die einfach so? Aha, Arthur wird grad zusammengeschlagen. Juck die nicht. Juck die. Ah, ich werd nicht zusammengeschlagen, ich verklopke die alle. Alter! Nein! Was ist das? So, jetzt den Enderman. Wollen wir vorher noch was futtern? Futter, selber futtern. Alter, der macht voll das komische Scheißgeräusch. Was geht denn hier? Was? Vom Enderman das Geräusch oder was? Hier auf die Fresse! Arthur Ghost Rage. Der kann fliegen, der Typ. Cool. Ey, so ein Spaß, der war unsichtbar. Enderman sind unsterblich. Enderman sind unsterblich. Ich hab ihn vor die Fresse gehauen. Hi! Dadurch stirbt der. Der hat verzauberten Bau! Ich will auch einen verzauberten Bau! Wo ist der hingeflogen? Oh mein Gott, der fliegt hier immer noch. Hab ich jetzt eigentlich alle meine Sachen wieder? Hab ich jetzt eigentlich alle meine Sachen wieder? Oh mein Gott, der fliegt hier immer noch. Hey! Wie läuft? Alter, Alter! 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 Oh mein Gott! David, gib ihm! Wem? Der hat meine Steaks! Juckt mich nicht! Juckt dich das denn so? Das ist meine Steaks! Wie viele Steaks hast du jetzt eigentlich Arthur? Keine Ahnung, vier oder so waren das. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Weil der Fett sagt, die auffressen will! Der ist im Boden verpackt! Ist ja wieder weggeflogen. Da, hier hinten ist der. Was ist das für ein Sound, Junge? Das ist der Enderman Sound! Ich hab ihn endlich, ey! Nein! Ich wollte Arthur treffen, du missgeboten Spinne! Das brennt in den Ohren, ey! Das brennt in den Ohren! Alter! Nein! Nein! Oh mein Gott, ey! Ich komm raus und gleich wieder die Spinne hier! Warte, David! Ich helfe dich! Ich kick sie zu dir! Nein! Ja! Digga, das Wasser... Das Wasser tötet mich, Dennis! Okay, dann nicht! Ja, heizmaul! 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 Ah, was war das denn?! Ah, was war das denn?! Ah, was war das denn?! Hab's geschafft, ey! Was war das?! Heizmaul! Stimm mal hier die Sachen in die Kiste, die ich nicht brauche! Meine Sachen! Ja, jetzt fallen die alle runter! Rauhaha! Hä? Sau abgefuckt! Schämst du dich nicht? Die liegen doch Knochen! Ja, Juck mich! Wo ist mein Schwert? Ich brauche mein Schwert... Und mein Essen... Natürlich hat Arthur alles reingekommen. Das hab ich in die kleine Kiste gepackt. Junge, Hals, Maul. Ich komm hier durch. Ich hab mir jetzt auch reingepackt. Alter, lass mich doch durch. Was ist los? Wenn du außen rum gehst, machst du es selber wieder heile. Ey, hier liegen Knochen. Ich geh mal jetzt den ganzen Baum, äh, den ganzen Baum, den ganzen Wald gleich hier abfüllen. Gut. Ist das grad dein Ernst? Nein, baue ich doch ein, schnell. Komm doch her. Komm doch her. Selber Pinsel. Selber Handtuch. Boah, wir haben richtig fett Gold jetzt am Start. Du machst das doch heile hier, Dabi. Selber heile. Hey, das ist ein Geheimgang, hallo? Ich hab mein Essen gegessen. Ey, warte, wo ist Holz? Ich brauch Holz. Ich brauch eine Truhe. Alter, wir haben kein Holz mehr. Nee, Holz haben wir nicht mehr. Ich geh jetzt Holz fällen. Warte, ich hab das Eisen. Ich hab mir grad zwei Exe gemacht. In der großen Trott Eisen kann. Hat jemand noch Holz? Nope. Nee, wie toll. Ich geh jetzt Holz fällen. Guck mal, was ist... Das ist so... Das obere Zimmer ist von uns so sau unbenutzt, Alter. Das macht gar keiner was. Ja, bau da eine Bar hin. Selber Bar. Irgendwie sowas. Bau so ein... Bau einfach... Gib mal mein Schwert wieder. ... und dann machen wir so ein Kino ein. Arthur, wo bist du? Ich brauch mein Schwert. Das hab ich in die kleine Kiste gepackt. Danke. Ich baue jetzt hier das ganze Holz ab. So bei Part 200 oder so, dann bin ich fertig. Dann hab ich das ganze Holz abgebaut. Guck mal, das ist hier so sau unbenutzt. Das ist so voll... Alter, du und dein Wasser, ne? Du bist so sau der... Sau der Sau. Aquamensch. 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 Selber Aquamensch. Nein! Hey, guck mal. Komm mal, Parkour-mäßig, Gelder. Also ich bin echt dafür, dass wir so ein Kino machen. Ist ja voll lustig. Peinliches Schweigen. Oder wir machen uns schon einen Pool. Guck mal, wir haben ihn einen Pool. Hey, guck mal, wir müssen mal hier Brot ernten. Das ist sau wichtig. Dann mach doch. Mach du doch. Ja, ich kann nicht. Ich mach hier Holz. Selber Handtuch. Die Pinsel. Da ist noch was. Ein bisschen Weed am Start, ihr. Oder nicht? Verdammt. Guck mal, kann man gleich hier weiter farmen? Ey, diese fetten Bäume, ne? Oh, ey, ich sitze hier jetzt schon so lange. Wer? Ein Baum. Wer? Okay, warte mal. Äh. Ja. Wie er einfach runtergespült wird und dabei trotzdem abbaust. Mhm. Das brauch ich. Arthur, gib mir mal ein bisschen Holz. Ich hab gleich ein Stack zusammen. David, guck mal nach hinten. Ein Päderfehler. Hilfe. Ja, David, komm her. Ich geb dir ein Stick. Cool. Chillig. Mach mal, wer so eine Holzkiste. Die mach ich jetzt voll mit Holz. Eine Holzkiste? Ja. Ja. Okay, gut. Ja, mach mal mal ein bisschen noch normales. Das wär gut, wenn wir auch eine Kohlekiste machen oder sowas. Ja, ein bisschen Ordnung hier, ne? Warte mal, ich baue jetzt mal... Digga, wer pfeift denn hier rum? Wieder so eine Farmkiste. Ja. Nee, Digga. 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 Selber Digga. Nee, Digga. Okay, oben ist die Holzkiste. Und... Also unten sind so... Unten sind Krimskramskisten. Okay? Okay. Unten sind Krimskramskisten, oben ist Holz und Erzkiste. Also so Minenfuck. So Minenfuck. Mein Fuck. Ohohohoho. Ich... das ist dass sie sie wollen das ist nicht wahrnehmen und schickst mich in die Hörl Hörner 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 nicht ein war er die Art der Warte ich brauchte was wollte beschwerten oben ist gesperrt diese so gesperrt als Mauer also ob ich die Sohn haben wir noch nicht freigestaltet na gut wie Oma gut das müssen wir erst freischalten also das ist ja die Holzkiste er war Expo Kontrollers mehr und die Zeit wie vergespielt ich muss in die Holzkiste was reinpacken ab jetzt oben wieder abgesperrt immer wieder die Zäune die du da abgebaut hast ausgeschlossen doch besser nein auf nein scheiße ja man das sieht scheiße aus ich weiß achso wo ist jetzt eigentlich unser ganzes Essen hin yo ja wow nein was war das denn so ah da sollen wir in die Erzkiste auch Steine und so machen mach das mal Kohle Kabel Kohle Wind immer raus da wir haben noch so viel Essen was wollt ihr denn alter immer noch draußen Nop das Prozent das Prozent aber ein aber ein m wir haben so viel Kohle ich sag immer Sau ich weiß auch nicht warum im letzten Part, ne im vorletzten Part hast du immer gesagt mega jetzt sagst du immer Sau mega jetzt Sau genau Alter ich bin jetzt hier voll eingesperrt Alter ein Planschbecken ein Planschbecken für mich ja du hast kein Planschbecken ich weiß schon dass ich mich hier so rausbauen kann ja warte noch ein Moment Tja, Dadeus Alter ja jetzt will der mich ertränken ja das wird ja das wollte ich niemals tun ja ein bisschen warte 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 es ist noch nicht verendet er macht Zeit kaputt ich juckt ihn gar nicht juckt mich auch recht wenig äh Alter was ist denn los mit dir wenn du denn es ist so Sau der ja ich weiß nicht was ich bauen soll bau ein ähm Keller ja baue nen Keller da bauen wir nen Pool und nen Kino ein Dennis ist die Bauschlampe Dennis ist die Bauschlampe ach so ja das war die Mine stimmt ey David lass mal gleich auf zum Baumhaus bauen ey wir haben kein Holz mehr wir haben ganz viel Holz in der Holzkiste hier warte ich hab die schon leer die schon leer ich hab ein paar Holzklumpen hier immer ich hä was geht bei den Oktopussen ab Oktopus ey wie fahr ich jetzt hier rein wollt ihr mich verarschen ey es ist Sau die Oktopus Party alter geil jawohl ich stand vorm Haus will das scheiß Ding aufmachen auf einem explodierten Creeper genau hinter mir und ich kann die Sachen nicht einsam und hier war alles ja komm mal her hier ist alles voll mit Holz und die Kartoffeln sind auch hochgegangen wie meine Kartoffeln was nein jetzt gibts aufs Maul zeig mal die Kartoffeln hör auf so wer hat meine Kartoffel Junge wo sind meine Kartoffeln hey das waren meine Kartoffeln ich hab hier drei Stück eingesammelt gib her meine Kartoffeln Kartoffeln wichtigster alter wo ist pflanz das an ja mach mal mit Sand das hier zu ich hab keinen Sand siehst du was ist ob ich Sand hab ich hab neun ich hab neun oh mein Kartel will raus warte mal schönen Kartoffeln jeder macht immer die Kartoffeln kaputt was kann man mit den Kartoffeln eigentlich alles bauen alles alles auch Steinschwert ja hammergeil die Wunderkartoffeln das ist so mega langweilig alter was Holzhacken oder Minen weiß ich nicht ja Minen geht noch da sind noch Zombies und sowas aber egal so da bin ich wieder wer bist du da bin ich wieder was hast du gesagt was hast gesagt okay Moment äh äh ist unsere Holzkiste oben oben die linke ich hab wieder ein bisschen Holz drin gemacht ne Dennis mhm 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 ja ich hab da auch was ist die Dusche ha 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 ach so guck mal ich hätte hier gar nicht ertrinken können wirklich mhm das ist die Dusche mitten im Raum alter haha haha okay was wollte ich nochmal tun ich hab's vergessen warum kann ich hier nicht durch warum doch wo denn ich kann hier nicht durch guck hier warum auch wohl das ist ein Zaun du genios um ja wie kommt jetzt raus ja keine Ahnung gut wenn sie weiter Holz abbauen ich nicht ich baue es jetzt eine Karte der mit Redstone hier auch wahrscheinlich Karte Karte selber Karte Pinsel Duschkopf achso ja Karte ich brauche Batterien ich brauche Batterien selber Batterie hä warum Batterien keine Batterie aber bei Xbox Controller Lens zogst du mit deinem Xbox Controller oder was ja ich spiele gerade nicht nebenbei FIFA wie mache ich denn nein ein das weiß ich auch nicht ich habe Karte Karte was hast du gemacht ja ich habe Zucker gebaut anstatt Blätter doch David dein Ernst ja ja habe ich dir gerade gesagt ist das gerade dein Ernst das ist mein Ernst aber ähm aber M aber M aber M alter alter ich ich gehe jetzt hier die Krüger kloppen du machst alles kaputt dennis mach ich gar nicht du machst alles kaputt du machst du machst das Haus hier kaputt guck dir doch mal deinen Notausgang hier an hey voll der geile Notausgang alter was willst du denn okay warte das Wasser muss weg so sau der geile Notausgang ja ja ich muss jetzt hier ein paar Dings da gedöhnt hier ist ein Zombie mit einer äh ein Skelett mit einer Dings mit einer Amor cool hier sind sogar drei nö die verkloppen mich Alter Hör auf damit ich will bauen ey Missgestalt ja ich bau doch nur ne Karte hier und dann leck der selber immer so rum ist gar nicht gut ey David komm mal her hier ist ein Zombie äh ne ich bau jetzt rein Karte bei Karten sind cool ohne Karten weißt du nicht wo du bist so wie möchtest du mal aber ähm wo hast du die Blume hin da ist ne Blume hast du ne Blume da vorne hier soll ich nochmal boh achja genau äh äh ey hier sind 5 Zombies einfach mal und hier ist auch so ein Thaddeus Zombie was für ein Thaddeus achso t cheer t r t t r t t so ich hab's ihm gezeigt kürzer Hammer. Ein Kompass für mich, ja. Ist wie beim letzten Mal, wo ich mich so sau verlaufen hab. Ne? Okay, wir haben eine geile Karte. Eine hammergeile Karte. Also scheiße. Warte. Ich geh mal vor unser Haus. Nein, geh weg. Der kommt hier nicht her. Gut. Also letztes Mal war die ja richtig beschissen. Ich hoffe mal, die wird jetzt besser. Und? So, was ist das? Wir sind... Ey, das ist so schlecht. Was denn? Ja, wir sind... Unser Haus ist ganz am Rand. Am Rand. Rand. Ey, ich hab ne Kartoffel bekommen. Wie? Wer hat hier schon wieder meine Kartoffeln abgebaut? Ich hab ne vom Zombie gedroppt bekommen. Ich wollt schon sagen. Selber sagen. Wie? So. Kann man dann irgendwie rauszoomen aus der Karte oder was? Hä? Ups. Guck mal. Gönn dir mal die Karte, Arthur. Ja, halt dann nicht, ne? Was soll? Ja, gönn dir doch die Karte, ey. Guck mal. Unser Haus ist so sauer am Rand. Zu wem sagst du das grad? Zu Arthur. Irgendwie glaub ich, der ist grad nicht da. Warte mal. Warte mal. Alter. Junge. Alter. Oh, 360. Bitches. Okay, ähm, ich seh schon, es ist Zeit für... Ein Duell? Nein. Für ein Part beenden. Okay. Und, ja, ihr könnt ja mal auf unseren Kanal reinschauen, euch mal die anderen Videos angucken. Ihr könnt uns ja auch mal, wenn wir euch gefallen, ein Like oder sogar ein Abo unterlassen. Ein Like, Mensch. Dass wir uns freuen und auch natürlich unterstützen. Das war rein und richtig. Damit haut dann rein, Leute. Ciao. Ciao.